Jo! Willkommen zu einer epischen Fußball-Challenge mit Abonnenten! Sie sind wieder da, Leute! Hey! Und auch Humo. Lecker, Alter. Guck mal, wie groß der Bruder geworden ist. Ich geh runter hier. Neue Gesichter am Start. Heute machen wir eine Mini-WM. Und der Gewinner kriegt natürlich wieder was. Und zwar neue Fußballschuhe. Deswegen bitte anstrengen. Ich seh schon, der eine oder andere könnte neue Treter gebrauchen. Guck mal, da kommt sogar dicke C raus, Bruder. Was die Jungs allerdings nicht wissen, der Gewinner hat heute wieder die Möglichkeit, sich zwischen neuen Fußballschuhen und einer Mystery-Box zu entscheiden. In der Box befindet sich ein nagelneues iPhone 14. Wie wird sich der Gewinner wohl entscheiden? Ich hoffe, du gewinnst, Alter. Denn ich geh heute ins Tor. Ich brauch keine neuen Schuhe. Holzi! Ich spiel bisschen mit, ja? Ja, viel Glück an euch. Ihr werdet es brauchen. Mit Treten, mit Spucken, mit Schlagen, mit Blasen. Was? Wiem will ich nicht nachts in Gasse begegnen, Alter. Dieser Blick, Bruder. Hey, Mr. Untergang, sei mal leise. Ist ja doof. Es ist richtig interessant, heute zu sehen, wie sich die Jungs entwickelt haben. Ich glaub, das erste Mal haben wir mit euch vor so drei Jahren oder so gedreht. Ja, ja. Mal sehen, ob ihr jetzt besser geworden seid oder wie wir immer schlechter werdet. Was mit dem? Neue und alte Gesichter. Ich geh ins Tor. Ein Tor zum Weiterkommen. Let's go. Bruder, die spielen hier alle Jugend-Bundesliga. Ich hab gar keine Chance, Digga. Ich will, dass hier keiner gewinnen. Bleibt ihr ready, Jungs? Bis wieder. Vorsicht, ich komm schon weiter. Ich bin jetzt doch auf sein Herz. Er hat mich extra weiter genossen. Haben die Pech gehabt. Nope! Da bin ich wieder. Hauptsache mein Sohn kommt weiter. Der gewinnt das hier heute. Komm, Kennan, Kennan, zeig mal was. Zauber mal, Kennan. Derrick, Derrick! Derrick, was? Was? Der Derrick! Ey, der spielt bei Gladbach, Alter, der ist krass. Der kommt einfach mit Pace, Digga. Lukas, warte da mal hin. Keiner will da verteidigen, die warten alle, um den Ball abzustauben. Der Derrick, konzentrier dich, komm. Ich dachte, er fliegt safe raus, aber er hat es geschafft, Digga. Ich glaube, Bruno Black weiß nicht, wo der ist. Der läuft ja so runter. Ey, man kann sagen, Kreuzmann, das war schuld. Die meisten sind, glaube ich, sogar schlechter geworden. Die haben abgebaut, Alter. Der kleinste mit so einem Kopfball, Digga. Bruder, alles aus den drei Granaten zu haben. Okay. Oh, Derrick! Komm mal rein nach Derrick! Ja, Derrick! Der Arme, guck mal rein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yes! Yes! Ah! Digga! Oh mein Gott! Jeden Schuss hat er abbekommen. Hey Joel! Hey Joel! Drei! 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 Oh! 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 Da war mal Joel mitgemacht. Der hat ein Gorginal nur im Fünfer gekämmt. Bumum Black ist einfach alt geworden. Schaut euch das an. Ich bin halt der Knaller an. Schaut euch das an. Alt und verbraucht. Wiederholzig. Ein Tor zum Weiterkommen, einer fliegt wieder raus. Das selbe Spiel noch mal. Hey, da geht da hin, Jungs! Was macht ihr mal? Ein schöner Kopfball, ja? Es ist ja nur Kopfballtore hier zum Weiterkommen. Und der nächste Kopfball. Vor 16 Meter macht der Kopfballtore. Wow! Was auf der denn mit? Komm, Kenan! Nope! Immer weiter. Du bist einer der wenigen, die ihr Gas geben. Oh! Schau! 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 Siehste, hat meinem Rat befolgt, ja? Einfach Tore schießen. Schau! Schau heute an Spidey, der macht einen guten Job, ne? Spidey macht einen guten Job heute auf jeden Fall. Bruder, der will den schießen, der will den zwirbeln, der will den zwirbeln. Ja, Moin! Der ist drin! Was hab ich ja gesagt? Spidey macht einen guten Job, ey! Das macht man nicht. Gelb! Iiiiih! Mr. Untergang holt ihn noch! Oh shit! Uuuuh! Mr. Untergang, oder wie heißt du nochmal, Kollege? Wie heißt der? Er will nicht, der will unerkannt bleiben heute. Er sagt nicht. Mr. Untergang vs. Mr. Untergang, okay. Boah, ey, was zum Ball! Mr. Untergang, komm! Mr. Untergang, komm! Oh! Wow! Alter, warum bin ich überhaupt so ein Tor? Ich kassiere einen Panner nach dem nächsten! Wir haben doch einmal gesagt, du machst einen guten Job. Ja, aber ich habe keine Verteidiger, Digga, die lassen einfach von überall schießen! Ohne Sinn! 7, 7, ab 7 kann man... Genau! Ein Tor zum Weiterkommen, einer fliegt raus! Lieder so als nah ans Tor, ne? Holt sich gegen Derrick Beide holt sich gegen Derrick Ja, haben wir Derrick-Gänger Klapp, klapp Oh mein Gott, wenn du Beide holst Derrick Junke Klapp, Klapp, Klapp Klapp, Klapp, Klapp Das war so heftig von Derrick Auf dem Winkel Der liegt quer, Digger Der liegt quer, Alter Was ist das? Derrick Kein Bock zu dribbeln Ich hab gar keinen Bock zu dribbeln Kein Bock zu dribbeln, Alter Boa! Der war schlagt, Alter Wer jetzt kommt, ist der Schnellste. Oh mein Gott! Alter, was machst du an? Jungs, zuge! Manni! Ich geh auch auf Pumokäden. Sollen wir Replay gucken? Ja, versuchen wir. Wir gucken Replay. Das ist gerade ein sehr kontroverses Tor. Wir haben uns dreimal angeguckt. Wir können nicht sagen, von wem das ist. Deswegen Wiederholung. Damit es fair bleibt. Guck mal, was der macht. Der zwinkert in die Kamera. Entweder mein Sohn oder Holzis Sohn. Oh nein, das war ein Fehler. Er kennt sich ein bisschen weit vorgelegt. Und Holzis Junior hat das dankend angenommen. Mein Sohn ist raus. Und die nächsten sechs. Einer fliegt raus. Holzis. Holzis. Ohohoho. Der Abstauber. Da können die gleich nichts machen. Der kommt noch. Ohoho. Wichtig, der Mann. Ja, Bruder! Beide Holzis sind weiter, Alter. Uns darf man niemals abschreiben. Ohohoho. Der hat schnelle Füße. Schnelle Füße. Schusskraft. 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 Ohoho. Drei noch. Drei noch. Komm, Derrick. Komm, Derrick. Ja, komm. Der Mannschaft, Alter. Der ist ein super Verteidiger. Der Mannschaft, Alter. Der ist ein super Verteidiger. Ohohoho. Hallögt hier. Ohoho. Ohoho. Was war das für ein Move, Alter? Was war das für ein Move, Alter? Wir können den nochmal in Slow-Mo sehen. Ich glaube, ich habe geblinzelt und hab den nicht gecheckt, Digga. Spidey! Ich hab den so dringesehen, Alter. Wie kommt der da hin? Beide stark gekämpft. Am Ende war er da eiskalt. Zu viel gekämpft, der Ansuch hat jetzt leider raus. Jetzt haben wir noch vier plus Holzi. Ein Opa gegen vier Jungs. Das sind zwei Holzi gegen drei Bundesligaspieler. Jetzt werden wir verkacken. Da will ich was reden. Oh mein Gott! Die sind viel zu flink, Digga. Das ist deine Celebration. Nicht viel reden. Einfach machen. Nicht viel reden. Einfach machen. Nicht viel reden. Einfach machen. Na ja, was macht der da der Jungs? Er hat keinen linken Jungs. Er hat keinen linken. Aber den rechten. Aber den rechten. Ja, Derrick! Derrick! Der Neue! Der Neue Mann! Bravo! Der ist viel muskulöser, größer und schneller als ich. Und auch noch mehr Haare. Let's go! Holzi hat den nass gemacht. Nicht viel reden. Einfach machen. Viel nur noch! Wir sind im Viertelfinale. Können wir so sagen! Zwei Tore zur Weiterfahrung. Ist das wichtig gewesen? Lass mich schießen, lass mich schießen. Was ist das? Warum lässt du den nicht? Keine Chance. Ich sag dir ehrlich, so schwarz hinten hin zu verteidigen. Ecke Breaker! Ey, wo ist Derrick? Ich dachte nicht. Wo ist Derrick? Wo ist Derrick? Nicht reden, einfach machen. Derrick! Ihr habt Derrick alle unterschätzt. Seid ehrlich, ihr habt ihn alle unterschätzt. Ja. Nein! Nein! Hört sich wirklich aus. Ey, die Zwei holt sich's hier, ne? Vielen Dank! Der bedankt sich! Vielen Dank! Vielen Dank! Nein! 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 Ey, rennt ihr ja, rennt ihr? Ja! Derrick! 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 Ihr könnt ganz leise sein! Wo steht ihr beide? Wo steht ihr beide? Flache viel schwerer, ich sag ehrlich, Alter. Ey, die versuchen sich hier durchzusneaken. So läuft das nicht. Oh! Oh! Was macht los? Ja! Oh! Ich lass Tappen sprechen! Holzi gegen Holzi Junior. Das Gute ist, das Gute ist... Ein Holz, sie kommt ins Halbfinale. Bis hier haben wir uns den Weg erkämpft. Gute! Komm, Holz. Ey, nicht jetzt in die Mitte, die in die Taktik. Oh, Bruder, ist schon voll mutter reich, Mann. Jetzt hast du mich auch getrunken. 1-1, ne? 1-1. 2-1. 2-1. Nope. Ey, nur für dich, Mann, nur für dich. Ich habe meine Eier da reingehalten für dich. Bruder, nur weil der gerade so geredet hat, musste ich den jetzt, Holzie, mit meinen Eiern halten. Jetzt weiß man, ist nicht gestaged, Digga. Spidey ist mit seinem Leben reingegangen, nur mit seinen Eiern, Digga. Das ist voll schwer, der Opa. Opa, Holzie ist out. Oh. Opa, Holzie. Die Jungen sind einfach besser. Egal, Holzie Junior holt das jetzt auch im Finale. Wieder zwei, komm. Halbfinale. Holzie Junior, Derrick und Johannes. Pause. Ich kollabiere gleich. Ja, Holzie Junior war immer lang drin, ne? Der musste die ganze Zeit, der hat keine Pause gehabt. Der hat immer durchgezogen, aber der kann das auch. Derrick, jetzt aus der Drehung. Lass ihn schießen, sag ich nicht. Oh. Lass ihn schießen. Lass ihn schießen. Lass ihn schießen. Das ist ganz anders hier. 1-1-0, Leute. Lass ihn nicht mehr schießen. Oh, oh, 3-2-1-0. Das ist der Schuss. Oh ja, die Klam開iert. Alter, ein Macher! Derrick geht ein bisschen hart. Alles Entscheidendes, Tor jetzt hier. Oh oh, es wird eng für Holc Junior, ich sag dir ehrlich. Der letzte Ball entscheidet jetzt alles. Jungs, was habt ihr da? Oh mein Gott. Licht, Licht, Licht! Letzter Final Countdown, wir haben unsere zwei Finalisten. Derrick oder Johannes. Letzte Worte noch? Nein. Viel Spaß beim Zugucken. Nicht viel reden, einfach machen Leute. Zwei Tore. Wer als erstes zwei Tore hier hat, gewinnt. Der dritter. Der kriegt einen dritter. Oh! Oh! Anni! Jungs, ihr bestimmt das Tempo und die Härte. Wenn ihr beide aber so hart reingeht und weitermacht, dann wird dir nichts gepfiffen. Oh! 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 Abcatchen, der Lüchs alter! Oh! Oh! Der ist so ne Grinsebacke, ne. Das ist so geil der Typ, aber... Schade. Oh, Jungs, Jungs. Boah, Jungs. Oh, Jungs. Grüße, Jungs, Elias, Emu, Armando. Ich grüße Obed, mein Cousin, Maike, mein Cousin und Selina. Wer ist Selina? Wer ist Selina? Wer ist diese Selina? Ja, ja, ja. Der grüßt Scheibers hier. Erstmal hier und der rasiert einfach. Der wusste aber schon von Anfang an, dass hier keine Konkurrenz für den da ist. Der hat ja schon diese Absprache da im Kopf gehabt, Digga. Es wird mal wieder Zeit. Derrick hat gewonnen, aber der hat jetzt die Wahl. Nimmt er diese Mystery Box, ich glaube, ihr wisst schon, was drin ist, oder entscheidet er sich für neue Fußballschuhe? Oh, schau. Ich habe gespielt erstmal Derrick, Junge. Du kennst es vielleicht, du hast jetzt die Wahl. Willst du neue Fußballschuhe, die du vielleicht auch gebrauchen könntest? Bruder, guck mal einfach hier die Schuhe bitte, ganz voll. So, nach außen rechts. Damit, damit hat der Notallops genommen, Digga. Bruder, willst du diese wunderschöne Mystery Box, wo auf jeden Fall keine PS5 drin ist? Das kann ich dir schon mal sagen. Du darfst ja auch meine Hand nehmen. Ja, aber wo, ich will vielleicht noch? Ah, stimmt. Entscheide gut, überlege, überlege. Willst du Beratung? Du willst es wissen. Willst du Beratung? Ich weiß nicht. Was denkst du, was könnte drin sein? Vielleicht einen Controller? Einen Controller? Einen Controller kannst du doch schütteln, Bruder. Das schützt das Handy. Aber Handy kannst du auch schütteln. Weißt du was? Ich nehme die Box. Aber sonst... Okay. Mach auf. Mach auf. Oh! Temu! Es ist einfach nur ein Karton. Karton. Oh! Oh! Anni! iPhone 14. iPhone 14. Dankeschön. Gerne. Die wollen alle selber diese iPhone haben. Ich hab Temu-Handy. Oh mein Gott. Anni! iPhone 14! Anni! Willst du damit dann Selina anrufen? Ja, mach ich gleich auf jeden Fall. Lass dich nicht abziehen. Lass dich nicht abziehen von den Jungs hier, ne? Ja, Derek Ehrenmann. Kam und hat rasiert. Danke an euch Jungs. Ja, war alle stark gespielt heute. Ja, alle geil bei euch. Ja, das war mal. Dein Bruder realisiert halt jetzt noch nichts. Das geht nicht. Lass mal schauen.